Für den Fahrer ist es insbesondere wichtig, so viel Licht wie notwendig zu bekommen, ohne dabei den Gegenverkehr zu blenden. Das ist zum Beispiel gegeben durch Xenon-Licht, beziehungsweise natürlich auch durch qualitativ hochwertiges Halogen-Licht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist so wichtig, die wir in unserem Wohnzimmer in unserem Wohnzimmer in unserem Wohnzimmer Die Hesse und HEPA-filters, in Philips' neue Automotive-Solution, raise the bar in this area. Today, one out of every two cars is fitted with Philips Lighting, manufactured to the highest quality to ensure complete customer satisfaction. We bring a unique and powerful approach to our work. Together, we can enhance the quality, use, and experience of light for drivers and pedestrians. Because at the end of the day, the reward is this. With light, we can make people feel safer With light, we express our style. With light, we care for our environment by helping drivers drive safely and in style. Simply enhancing life with light. Philips Lighting